Ich bin zwar, glaube ich, eine Zeit lang geschützt, wenn ich orange bin, aber die stehen alle fünf an meinem Spawn, warten, dass ich da bin und wenn ich einer wische, okay, aber irgendeiner zielt auf jeden Fall auf mich, die Werften mit Flashbangs und Nades, also... Ja, was soll ich denn sonst machen gegen einen? Eben, man könnte wenigstens an Knife-Height draus machen, ne, an fairen Knife-Height, aber ne, die hocken da und, ja, ziehen alle auf mich. Der Rest ist gelieft wegen der Saltiness, also, ne, ja, das Event ist echt, also, das, boah, zackt einfach nur rein. Sorry, Jubis, oft, aber dieses Halloween habt ihr mich nicht glücklich gemacht, das ist einfach nur völliger Bullshit. Völliger Bullshit. Sonst macht's schnell, macht's einfach nur noch schnell.